Hallo, wir sind in der Saison. Herzlich willkommen zurück zu A Pleasure Tale Innocence. Kevin, Stefan, Holzi, ich hoffe, es geht euch gut. Hallo, Serat. Ähm, sag mal, eure neuen Ratten hier. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Was ist das für Ratten? Akkentische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Oh. Ist das ein Gefangener? Hey, Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirbt gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Fuck. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Er ist ein Schuss. Ihr werdet alle zur Hölle fahren, ihr und eure verfluchten Ratten. Wo müssen wir hin? Wow. Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Ach du Scheiße. Das ist schrecklich. Oh mein Gott. Da ist der Herrkind am Auren. Alter, Kevin. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Okay, hier geht's weiter. Ist da drüben neun Guss drin? Ne. Alter, ist hier dunkel. Hey. Herr Nikolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Dronen. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Oh Gott, sie wollen Mutter... ...foltern. Ach, bitte. Lass mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Scheiße. Hm. Er geht weiter. Ja. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Pssst. Ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Gute Güte. Du solltest nicht... Ich muss gehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hoffe, du kommst raus. Scheiße. Wo ist unsere Mutter? Magistra der Ruhe. Ja, redet mit Mama. Das erste Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Garten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Leben wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Schnell verstecken. Mutter. Mama. Mama. Ugo? Aber... Sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Ugo. Haben sie dir Blut abgenommen. Oh mein Gott. Hör zu. Hör zu. Ugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Aber na klar doch. Gut. Dann los. Geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nikolas. Na schön. Du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemisten wird reden. Das wird ein Spaß. Was war das? Ich sehe mal nach. Oh Gott. Oh du schiss. Oh Gott. Hier ist nichts. Beruhig dich wieder. Besser so. Oh Gott. Natürlich brauchen wir Amicia. Wenn der Hauptmann dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Oh kacke. Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Oh, der ist für die Käfige. Okay, ja. Oh, der ist für die Käfige. Wow. Kann ich das da runterhauen, also? Nee. Wow. Dann müssen wir dort runter. Wenn wir hier runtergehen, würde das sehen. Wir müssen warten, bis er umdreht, liebe Freunde. Freunde der Ratten. Komm. Schnell, schnell. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wo soll der Schlüssel sein? Oh, Mann, ey. Hier irgendwo? Ah. Ich muss durch. Ich muss die Ratten vertreiben. Wow. Laternen. Sie mögen keine Laternen. Oh, es funktioniert. Kusch. Kusch. Husch, husch. Was rümsen, die Schlüssel? Oh, mein Gott. Oh, nicht hinsehen, nicht hinsehen. Piss doch hier, Drecksratten. Das ist die Schlüssel. Ja, siehst du, Amicia, Mama wird... Au, Mann, du hörst auf zu schreien. Du Scheiße. Jetzt muss ich wieder zurück, ne? Oh. Ich kann hier nicht rüber. Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen Laterne. Warte mal. Oh, wow. Ich muss da durch wieder. Missen wir vielleicht... Missen wir vielleicht... Hm. Das wäre Blödsinn. Das muss hier sein. So. Wow. Ich kann mich euch da weglocken. Verdammte Axt. Ich habe eine Idee, habe ich. Ich weiß nicht, ob die funktioniert. Nein, das bringt gar nichts. Scheiße. Ich muss die irgendwie weglocken, Kevin, ey. Nur wie. Gerade die scheiß Ratten da drüben. Die gehen mir marsch. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Das ist gut. Weil jetzt, dass ich hier wieder… Oh Mann! Wie kann ich euch weglocken, ihr Schweine? Fuck. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Hier können wir nicht rüber. Wir können nichts machen und keine Waffen und gar nichts. Mir ist so blöd. Ich bin nicht rüber. Ich bin nicht rüber. Zähne Zähne Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Held, wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Igor, kannst du sie hören? Ja. Sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Ja. Ah, kurz rein. Was kann man? Hugo kann jetzt raten, können wir inhalt der Steuerung gedrücken, um zu ziehen und dann die raten zum Zielbereich zu schicken. Aber ich seh halt nix. Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Aber konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Es... es funktioniert! Sehr gut. Siehst du... Ja, wohin? Mein Kopf, wir sind weg! Das war die Makula. Doch du hast hier geantwortet. Lass uns gehen. Hier kann es sich weiter. Wow, ist das krass. Moment, das... Das müssen wir noch kurz machen. So, ich kann sie kontrollieren. Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen sehr gut. Siehst du? Mein Kopf, wir sind weg! Das war die Makula. Doch du hast hier geantwortet. Lass uns gehen. Das ist schreie. Sie müssen wieder Ratten auf die Gefangenen losgelassen haben. Ich finde das Dokument und dann nichts wie raus. Eine Wache! Wir können sie loswerden. Mit den Ratten. Werden sie ihn fressen? Nein, dafür sind es nicht genug. Na los! Lauf nur, du Pfeichling. Du hast wohl Angst. Was? Wir kommen. Das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Iko. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe? Alter. Wir können jetzt die Ratten kontrollieren. Heilige Scheiße. Du hast sie gefunden. Ja. Ich werde langsam verrückt. Ich würde dich gerne rausschauen, aber es geht nicht. Was zum Teufel machen die Ratten hier? Was zur Hölle ist passiert? Ach du Scheiße, liebe Freunde. Aber wie es jetzt weitergeht, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel so lang ist. Props gehen raus an das Spiel. Und vergesst nicht zu liken. Geh, Kevin. Ich sehe dich. Hade rein, liebe Schüttzer. Bis zur nächsten Folge. Euerfried. Tschüss. Tschüss.